Was ist Ihnen heilig? Die Familie ist mir heilig. Und was ist Dir heilig? Mir ist auch die Familie heilig. Und Ihnen? Meine Familie ist mir heilig. Was ist Dir heilig? Mir ist meine Familie heilig. Und auch die Möglichkeit, meine Zeit so einzusetzen, wie ich es für richtig halte. Also mich engagieren zu können, die Möglichkeit dafür zu haben, das ist mir heilig. Und was machst Du? Ich war mit Aktion Sühnezeichen im Ausland und habe mit Holocaust-Überlebenden gearbeitet. Und bin jetzt sehr froh, hier auf dem Katholikentag weiter Menschen begeistern zu können für die Arbeit gegen das Vergessen. Was ist Dir heilig? Also mir ist heilig, wenn ich nach Hause komme und weiß, dass meine Mama da ist und dass ich hier erzählen kann, wenn irgendwie was passiert ist. Also wenn das nicht so wäre, das wäre, glaube ich, ganz schlimm. Und mir sind meine Freunde auch ganz heilig. Und was ist Dir heilig? Ja, auch auf jeden Fall Freundschaft und Familie. So das Übliche eigentlich.